Hallo und zurück zu Palace of Eternity! Ja, wir stehen jetzt hier, ne? Und unsere Verbecher... Verbecher... Verbrecher... Verbrechertru... Oh, die sind fast so wie wir, ne? Die haben auch so einen Hund und... Die sind immer so sympathisch! Echt! Das könnte unsere Truppe sein hier! Oh, man! Zeit für Worte ist vorbei, ihr ist Dramor! Vielleicht ist ja mit dem glanfantanischen Jäger hier eher zu sprechen, oder... Mit dir hier! Oder... Huch! Ja, ich weiß... Ich weiß, dass wir niemals zuhören! Es tut mir auch so leid! Was hätten wir machen müssen? Hätten wir die trauernde Mutter hier dabei haben müssen? Kann natürlich sein, ne? Dass wir hier irgendjemanden dabei haben hätten müssen, der... Aber sowas soll ich das wissen? Ist doch gar nicht! Haben wir ja dabei! Die wäre ja so eine Jägerin gewesen! Oder diesen kleinen Fellb... Moment! Jäger des sechsten Stammes! Kann das sein, dass wir diesen... Ah, das wäre natürlich blöd gewesen, ne? Dass wir diesen einen kleinen... Der da bei den... Bei dem Hirsch, den wir... Bei dem Hirsch da... Betroffen haben! Und mitgenommen haben! Wenn wir den dabei gehabt hätten in der Gruppe, dass alles anders gewesen wäre? Ahhhh... So, passt auf! Du kümmerst dich erst mal um den hier! Der scheint zu kommen! Du meinst... Ne, halt! Du gehst hier mit drauf! So, und ihr... Alle Mann! Auf den! Und Alot! Wow! Hau mal raus, ne? Hau mal ein bisschen raus! Gott sei Dank! Gott sei Dank kann man kein Cranky Fire, ne? Ne, du gehst ein Teil weiter... Du könntest mal, ja, was weiß ich, sowas machen! Ja! Junge, Junge, Alot! Die haut hier rein! Ohne Ende! Komm, mach noch einen! Obwohl... Knisternder Blitz! Ne, von den Wänden abrollt, ist ja Quatsch, ne? Und auf jeweils zwei zusätzliche Ziele überspringt! Warum nicht, ne? Bewusstlos! Wie wär's denn... Auf dich, mein Freund? Was ist denn hier los? Ihr wollt nimmer, oder? Ihr mögt nimmer? Oder seid ihr... Seid ihr bewegungsunfähig, oder was? Humpelt! Humpelt! Humpelnd! Was machen wir denn mit Humpelnden? Haben wir nicht irgendwas... Schriftrollen? Oh Mann, was hast du gegen Humpelnd? Ach, ich merke mir das nie! Ähm... Was beschwert eine Kugel, die Säule... Wuchtschaden zufügt... Verstärkt und erhöht die Wahrscheinlichkeit... Quellender Angriff... Ja... Was weiß ich hier... Stärkt den Verstand vom Verbündeten... Bonus gegen Verwettheit... Gegen Humpelnden brauchen wir was! Zur Segnung... Boah... Erzeugt ein magisches Feuer... Brandschaden... Oh, du kannst so viel übrigens! Seh ich hier grad... Machen wir was! So, seid ihr jetzt wieder auskump... Habt ihr auskumpelt oder? Wird das wieder was hier? Ach... Habe! Es tut mir echt leid, Jungs! Es tut mir wirklich leid! Wirklich und wahrhaftig leid! Warte mal! Warte mal! Dietrich... Achso! Fünf! Na ne! Dann... Warte! Die nimmt mal... Als Ersatz... Die hier... Hm... Ja, das hätten wir wirklich anders regeln können! Ich sag's euch! Das war Quatsch, was ihr da gemacht habt! Ja, ich meine... Ich versteh das mit dem heiligen Boden... Und alles, ne? Versteh ich wirklich! Also, ich... Ich bin ja auch so... Also... Das... Versteh ich! Nein! Ich bin ja... 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 Hä? Steht das irgendwo? Oder... Sprichst du ein Gebet? Für unsere sterbenden Freunde? Ein leichenhafter Mann schaut den Weg zum Berg empor. Einen skelettartigen Arm hat er erhoben. Mit dem anderen deutet er auf die Tür. Schön? Schön! Ja... Dann gehen wir in den Berg, ne? Ja, also... Ich bin wirklich... Das hätten wir bestimmt anders lösen können! Ja... Na ja, gut... Dann sind wir jetzt auf dem Trail. Habe ich da nicht gerade jemanden gesehen davon? Als ich rein bin? So kurz aus dem Augenwinkel. Tatsächlich ein Troll. So... Kommst du wieder zurück? Oder... Ist halt die Frage, ne? Ob unser Freund Troll wieder zurückkommt? Oder nicht? Wow... So... Hier geht's weiter... Hier geht's weiter... Wie... Ich weiß nicht... Was sollte... Vielleicht doch erstmal zum Troll... Dem Troll hinterher... Hätte ich jetzt so... Das Gefühl... Ja... Passt auf... Dann machen wir das anders... Ja... Dann gehst du hier hin... Du hier hin... Und du wirfst den oben... Das ist ja unsere derzeitige... Absolute... Strategie... Yes... Und dann schauen wir mal, ne? Oh, ne... Das wird nix... So... Seid schnell... Gut... Ihr müsst was machen übrigens... Hier bist du... Schwerverletzter Troll... Immer noch schwer verletzt... Oh... Der hält was aus, ne? Der hält was aus... Aber... Nicht... Gegen unsere Truppe... Wirklich nicht... So... Ähm... Halot... Indeed... Indeed... Halt, wartet mal kurz... Was steht hier noch? Diese Säule sind mit Runen... Bedeckt deren Bedeutung... Ich überhaupt und gar nicht kenne... Na dann... Kana weiß es doch bestimmt... Frag doch Kana mal... Der kennt sich bestimmt mit der Bedeutung aus... Hmm... Die Frage ist jetzt... Eher hier runter oder hier rauf? Na dann gehen wir erstmal rauf... Hier geht schon mal nicht weiter... Dann kann ich schon mal mit der kompletten Gruppe hier hin... Und mit... Alot... Ein bisschen weiter vor... Der immer noch nicht aufgestiegen ist... Ach... Da sind wir da... Ja... Ne, 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 ne... Bleib hier... Bleib hier... Dann unser Hund... Den schickt mal rein... Wie immer... Halt... Na dann... Na dann... Wum... Ähm... Geh mal hier... Was kann man da hinten noch... Halt... 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 Du das? Kannst du... Hund... Hund... Kannst du eigentlich auch... Äh... Einen Schlamm umstoßen? Oh Gott... Der kann nicht mal vorbei... Kannst du einen Schlamm umstoßen? Wenden wir das... Warte halt... Ihr müsst was machen... Hat er den umstoßen? Niedergeschlagen... Einen Schlamm... Halt... Sag mal... Willst du noch mitkämpfen oder... Magst nicht mehr... Okay... Yes? Sehe ich ein... Yes? Mag nicht mehr... Right... Right... So... I'm on the trail... I'm on... The... Trail... Aber... Schön... Ähm... Bewachsen hier, ne? Mit Pilzen... Mit... Riesenpilzen... Mhm... Ein Übergang... Wie es scheint... Mit einem weiteren... Sumpflaura... Hm... Kommt bitte alle mit... Hier ist ein Sumpflaura... Du... Bist wieder unser... Umschmeißer... So... Jetzt seh ich dich nochmal doch... Jetzt seh ich dich wieder... Dann... Mal... Langsam nach unten... Und... Vorwärts geht's... Wohl... Geht mal... Das sind mehrere... Wollen wir da nochmal was draufhauen? Wir haben eins noch hier... Ja, wir könnten auch mal sowas hier... Warte mal... Ja... Können wir genau reinlaufen... Ah... Oh... Der kommt... Achso... Der kommt zwar... Wartet mal... Ähm... Damit die da vorne... Ein bisschen... Ich will nicht sagen... Geschütztes sind... Mach nochmal sowas hier... Achso... Kannst ne... Ähm... Wie wärs denn mit... Sowas... So... Was ist denn mit euch da? Klappt das? Nicht wirklich, ne? Schmeiß nochmal... Den hier um... Kannst du das? Bitte mal... Was ist das? Ich würde mal nicht move'n... So... Ihr müsst auf diesen Sumpf lauern... Halt! Die Sitter... Ist jemand vor euch? Habt ihr das schon mitbekommen? Hat das irgendjemand von euch schon mitbekommen? Achso... Die kann den Move... Die können sich nicht bewegen, ne? Wartet mal... Dann, mein Freund... Hab ich was für dich... Schaffst du das? Ja... Danke... Dann haben wir den auch auf unserer Seite... So... Bist du jetzt wieder... Was ist mit dir? Alles klar? Wie lange bist du noch? Aha... Jetzt... Wumm... So... Hätten wir das auch... Hätten wir das auch... Gut... Das Wasser sieht doch doch schon gar nicht so schlecht aus, finde ich... Nein... So... Speichern... Und... I shall be discreet... Schleichen... Alot... Du darfst es wieder... Steichen die überhaupt mal wieder auf? Ja... Ich frag nur mal... Da willst du jetzt reingreifen? Ist das richtig? Wo ist denn das hier? Morgenstern... Ja... Super... Wir bräuchten einen Drachenzorn... Falls irgendwo ein Drachenzahn rumhängt... Nehm ich gerne... Nehm ich wirklich gerne... Ich hol mal meine... Truppe her... Eher du zu weit... Da oder vorne bist... Und plötzlich überfallen wirst... Hier geht schon mal nicht weiter... Da kann man... Du siehst... Aha... Moment... Da kann meine Gruppe auch... Hier gleich in diesen... Engpass mit rein... Halt... Hier in den Engpass geht... Oh... Das passt aber ganz genau... Warte mal kurz... Zack... Warte... Äh ne... Halt... Mach mal so... 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 Was ist denn mit euch... Da hinten... Was ist denn das überhaupt? Kann man denn... Aber dieser... Droide hier... Der macht mir ein bisschen Angst... Deswegen... Ne... Du nicht... zack dieser droide dörner habe ich gesagt macht mal angst warte mal der irgendwas absondert macht gleich noch mal leicht verletzt wer bist du gwendoline hierhin wo ist unser hund hierhin du kommst wahrscheinlich nicht durch kann ich mir vorstellen so ihr anderen geht man alle auf diesen komischen truiden und wenn du kannst dann noch gleich glaube ich nicht das noch was schlimmes passiert ja im grunde im grunde auch mal eigentlich nicht so so gehen wir mal hier weiter ganz vorsichtig wir brauchen dich vorwärts ja 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 warte korrumpierende droide korrumpierende kommt mein korrumpierender hund und korrumpier dich ein bisschen sag mal hund ah hund ja wenn du eh dem tode schon nah bist nee dann geh mal hier rinde hund okay du hast zwar jetzt bienen am halse macht ja nix na ich kann nicht noch mal umschmeißen das ist ja nicht so kann ich ein meister im umschmeißen oder zumindest ist mein hund das dazu zum meister im umschmeißen was haben wir denn hier starker kalt drang des gnadenlosen starrens eines fähiges zu erkennen stärken und schwächen kann er erkennen wir haben hier so viele ne an diesen tränken und setzen die nie ein ne ist auch nicht so schön oder so so weiter geht's man weiß aber gar nicht mehr wann wir die einsetzen sollen und wann nicht da ist schon wieder einer kleine ausdauer die haben wir jetzt hier rein so wir hätten hier was anzubieten und hier unten ne ja die frage ist jetzt ich schau mal auf die karte ob das nicht irgendwie der weg ist wo wir herkommen vielleicht weiß ja manchmal nicht kann sein oder hier rüber weiß es nicht man weiß es nicht deswegen schauen wir mal aha deswegen schauen wir uns das mal an äh hund du kannst ja auch schleim umwerfen umwerfen dann bitteschön wäre jetzt die gelegenheit dazu take him down oh 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 kannst du da oh man dir fehlt was ein warum ich muss erstmal in mechanik ne wieso steigt der nie auf was denn da los muss ich trotzdem noch reinschauen wie viel erfahrungspünktchen hast du denn Ah, viel fehlt nicht mehr, ne? Viel fehlt nicht mehr. Dann müssen wir den trotzdem erstmal in Mechanik, ne? Kann der dann nicht hier einfach einen Dietrich nehmen? Warte mal. 6 Mechanik plus 7 Dietriche. 7 Dietriche? Wie viel haben wir denn? Nur mal so. Als Gag. Wir haben 5. 6, 7. Hätten wir noch. Gerade so. 7. Haben wir eigentlich noch Dietriche hier drin? 8 Dietriche, jo. Ne? Oh Gott. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Naja. Was soll der Geiz? Oh, 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 oh. Das sind ja Animats. Na warte. Wenn da Animats sind. Gehen wir mal ein bisschen zur Seite. Du gehst rein. Sind die eigentlich freundlich, feindlich? Sieht feindlich aus, ne? Sieht sehr feindlich aus. So, jede Menge von den Animats. Wartet mal, ihr seid zu weit hinten, merke ich gerade. Und... Ja, wer werden wir denn noch? Werden wir mal... Wartet halt! Ne, ihr würdet da was machen. Wartet, 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 wartet. Ich mach schon. Ich bin schon dabei. Hallo. So, jetzt kann man von hinten... ...die Sache hier mal aufmischen. Weil ja unser... Was denn jetzt? Wieso? Seid ihr jetzt in eine volle Reihen? Ist ja der Wahnsinn. Hallo, du hast da nicht erkannt. So. Das war nicht schön von dir. Wartet mal. Du bist noch nicht ganz bei der Sache. Wie es scheint. So. Jaja. Wahnsinn. Manchmal, ne? Leicht verletzt. Der wird jetzt sofort auf meine draufhauen. Aus irgendeinem bescheuerten Grund. Aus irgendeinem bescheuerten Grund. So. Ihr... Ähm... Mal ach... Na, wer ist denn das? Alot. Alot, pass auf. Nimm mal deinen... Ne, nimm mal das hier. Die stehen gerade so genau. Oh, der Kana ist hinüber. Wo war denn Kana? Achso, durch die Falle, ne? Warte, Kana. Schade eigentlich. Ja, wir machen es sowieso. So. Ähm... Mach mal da vorne ein bisschen... Für Schutz sorgen. So, du hast, ne? Dann auf. Point the way. So. Wir könnten dann wieder. Wir könnten dann wieder. Und... Oh, jetzt hauen wir mal raus, ne? Was rauszuhauen geht? Was ist denn das? Imbrunst, Rechtschaffenheit. Los. Auf geht's. Hör mal, Schild. Geisterschild erhöht die Konzentration. Schadensreduktion. Hopp. Achso, ne, von dir selbst. Ja, okay. Lavalot. Lavalot. Lovalot. Und... Hopp. Und... Oh, der haut uns selbst um. Ähm... Quälerei. Verringer und Nahkampfgenauigkeit. Achso, der ist tot. Oh, der ist... Der ist nicht nur... Der trifft uns genauso, ne? Wie es aussieht. Oh. Was haben wir denn hier? Mittlerer Schild. Ja, ne. Aber das Schwert. Ja, das ist genauso. Quatsch. Man bekommt hier ja überhaupt nichts. Ja. Achso, wartet mal. Ja, wir. Ich soll das mit Drohnen bedecken, ja. Nicht, dass hier noch eine Falle ist. Fälle ist. Falle ist. Aber ich glaube kaum, dass ein Rüstungsständer eine Falle beinhaltet. Ich kann mir das nicht vorstellen. Oh, Moment. Winzige Anima... Die will ich. Die... Wenn ich was will, dann will ich einen winzigen... Dann will ich einen winzigen Animaat. Ja, dann... Ich werde ich mal hier ins... Na gut. Ich will einen winzigen Animaat hier. Bitte schön. So, den Hund mal in die Kiste rein. Wo ist er denn? Ne, halt. Ah. Ja, naja. Für einen Moment, ne. Nehmen wir ihn mit. Ich weiß nicht so recht. Bin jetzt nicht so begeistert von unserem winzigen Animaat. So. Wir rasten und ich verabschiede mich schon mal. Ciao. 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 Vielen Dank.